Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Harrensward und ja ich habe euch jetzt nun eine neue Playlist vorzustellen ich denke mal der ein oder andere kennt Hildebrandt auf jeden Fall sehr sehr witzige Komödie und ja passt auf jeden Fall sehr gut hier im Spiel hat auch mal so lustige Kracher hier drin und das wollte ich euch auf jeden Fall mal hier vorstellen und ja die nächste halt auch weiterführen ja ich habe jetzt hier im Tagebuch können wir jetzt so gesehen die ganzen Sachen noch mal anschauen das wollen wir auf jeden Fall auch machen und dann tue ich jetzt sonst die aktuellen Sachen immer weiter fortsetzen damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst so da wollen wir mal anfangen totgesagte Leben länger dann haben wir Chevalier des Lichts dann haben wir Fehltritt mit Folgen ein Schmied bei dem es leicht piept Duell der Eitelkeiten Geld oder Liebe und dann werden wir halt das immer so weitermachen bis wir irgendwann demnächst bei Hildebrandts Fälle Heavensward sind okay fangen wir auf jeden Fall an ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und lasst uns beginnen ich wünsche euch auf jeden Fall ein bisschen mehr so weitermachen bis zum nächsten Mal Vielen Dank. 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 Vielen Dank.